Hallo ihr Lieben, ich bin Christian Schoenmeyer, Paartherapeutin bzw. Coach in Hamburg, diesmal Video-Blog und wir reagieren heute mal auf ein Video von einem geschätzten DaVinci, Meinungsblogger, ich gucke den auch sehr gerne und schaut mal bei ihm vorbei. Und es geht um Mike Cees und Michelle Mombalgin, die eine, ja würde ich mal sagen, kann man doch wirklich so sagen, sehr toxische Beziehung zur Schau gestellt haben im Sommerhaus der Stars und ja, dann gab es wieder diese Diskussion, danach hat er versucht, das RTL auch ein bisschen aufzuarbeiten, dass die Leute mit Paartherapie machen sollen. Ich habe damals schon gesagt, Leute, geht einfach auseinander, macht keine Paartherapie und oh Wunder, jetzt trennen sie sich natürlich und ja, viel Tamtam und ach, es ist einfach furchtbar und ja, wir hören mal direkt rein ins Video. Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich Willkommen zu der täglichen Dosis Trash, gibt es täglich neue Videos zu Trashigen Themen und diesmal geht es um Mike und Michelle vom Sommerhaus und anscheinend ist jetzt die Trennung voll im Gange und es ist jetzt offiziell, dass beide getrennt sind. Ich setze allerdings noch ein Fragezeichen dahinter, weil ich jetzt natürlich noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob sich da nicht wieder was dran ändert und ob die beiden sich dann doch wieder... Na gut, wir wissen ja, das sind Beziehungen, dass On-Off an der Tagesordnung ist, weil man entweder obsessiv verliebt ist oder es einfach noch nicht mehr aushält. ...verlieb haben oder nicht, es gab auf jeden Fall in den letzten Wochen zuhauf Trennungsgerüchte und Michelle hat jetzt am heutigen Tag, wo ich das Video aufnehme, auch gleich ein Statement rausgehauen und ja auch Stellung bezogen auf die ganzen Gerüchte und das fand ich sehr interessant. Und ich zitiere hier mal, Ja gut, ihr kennt ja meine Meinung, es gibt toxische Beziehungen, gibt es keine Liebe. Wenn es Liebe gäbe, wird man sich nicht so behandeln irgendwie. Es ist einfach Ego-Liebe. Ja, wie aus dem Lehrbuch sind wir natürlich alle oft schuld dran und steht ja auch blind vor Liebe hier als Hashtag. Ja, keine Beziehung fühlt sich so richtig an, wenn die falsche, aber in Wirklichkeit, ihr kennt ja meine Meinung dazu, sind das alte Muster, die sich da in der Regel austoben und deswegen fühlt man sich auch so angezogen, weil das Universum sagt, arbeite es auf, arbeite es auf. Aber Liebe, naja. Ja, broken heart, sprachlos, einfach traurig, blind vor Liebe, Hashtags auch noch reingehauen, ob das jetzt so sein muss als erwachsene Frau, nun gut, aber nun gut, ich kann es auch verstehen, dass man da einfach enttäuscht ist. Und ich finde einfach Kommunikation, egal wer da jetzt im Recht oder Unrecht ist, ist das A und O in einer Beziehung. Und ich finde es so traurig, dass viele das einfach nicht hinbekommen, miteinander offen und ehrlich zu reden, sich gegenseitig belügen und es nicht hinbekommen, einfach auf einfachste Fragen zu antworten. Selbst wenn man jetzt sagt, Mensch, ich habe hier einen Verdacht, wie sieht es denn aus, hast du mich betrogen oder nicht, dann muss man doch in dem Moment dann mal die Courage und den Charakter haben, einfach ehrlich zu sein, anstatt da rumzulügen, um sich im besseren Licht darzustellen. Oder wenn man gefragt wird, Mensch, wie sieht es denn jetzt aus, A oder B, ja oder nein und da sollte man auch einfach dann mal die Courage besitzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wer das nicht hinkriegt als erwachsene Person, sollte sich immer hinterfragen, sicherlich ist es nicht einfach in Sachen Liebe immer, ja auch straight zu sein, aber ich glaube, das würde die Welt ein wenig besser machen. Absolut, das Problem ist nur, dass es ja gerade in dieser Beziehung, reden nichts nützt, deswegen, wenn reden nützen würde, würde wahrscheinlich auch Paartherapie was nutzen, aber das ist aus meiner Sicht, aus meiner bescheidenen Sicht, ist das, gerade das Zeichen von toxischen Beziehungen, dass du versuchst, Sachen zu besprechen und du kommst aber nicht einen Millimeter weiter, weil der andere einfach sein Ding macht und, ja, aber er hat es ja natürlich vollkommen recht, es sollte mehr geredet werden, aber, ja, naja. Die Influencer-Seite, von denen ich auch die Postings jetzt hier habe auf Twitter, hat auch Folgendes geschrieben, Grüße gehen raus, manchen Menschen tut das Internet einfach nicht gut, dem kann ich nur beipflichten und bezüglich Sommerhaus, Mike fällt mir auch echt nichts mehr ein, das sind keine guten Vibes, ja, da gebe ich auch absolut recht und es ist auch ziemlich krass, dass Mike dann auch mal direkt unter dem Posting, was dazu schreibt. Ja, das liegt natürlich, also sie würden auch ohne Internet, würde das nicht anders laufen, aber Internet spielt natürlich eine Rolle, weil, ja, sie haben natürlich beide vielleicht so eine, ich hoffe, ich drehe dir jetzt nicht zu nah, so eine C-Prominenz und haben sich vielleicht beide gedacht, geil, wie das Ego auch oft sagt, also ich war auch in toxischen Beziehungen, ich kenne das eine oder andere, man trifft dann aus die falschen Entscheidungen, aus dem falschen Gründen und, ja, also insofern spielt sicherlich natürlich der Büro, also ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen da doch wieder mit rein, aber, naja. Vielleicht, weil du privat nie zuhören willst und nur wegläufst oder mal Danke sagst für alles, machst es doch selber hier auf Insta, du läufst. Ja, ist schon krass, als wenn man die gesehen hat im Sommerhaus, was die sich alles hat bieten lassen, wirklich von Bedrängen, weiß ich nicht, kann man schon von Mobben reden, nicht nur Ruhe lassen und was natürlich, ja, Themen sind, wenn man da steht, wo man steht, ne? Und dann sich sagen lassen, du hast immer noch nicht genug, immer noch nicht, ich muss noch mehr Danke sagen, du läufst weg, oh Gott, das muss auch, das ist echt schlimm, ey. Du hast das Problem weg und hängst dich da dran, wo es in der Karriere nach oben geht. Die Rechnung aber zahlen die anderen, traue ich hier zu schreiben, statt persönlich, aber am Handy erreicht man dich eh besser. Schade war teilweise auch eine schöne Zeit und ja, vielleicht wissen es die Leute auch nicht. Ja, vor allem angeblich sitzen die ja gerade zusammen in einem Haus in Quarantäne und schreiben sich öffentlich über Instagram, das ist schon irgendwie auf eine gruselige Art lustig. Wir befinden uns gemeinsam in vier Wänden bei der Quarantäne, aber möchtet ja nach außen eine Single-Mutter darstellen. Trotzdem danke, mir fällt dazu nichts mehr ein. Und das ist dann halt auch ein bisschen komisch, ne? Also wenn jetzt wirklich in der Quarantäne-Zeit jetzt in, ja, vier Wänden, gemeinsam vier Wänden sind, ja, dann sollte man doch eigentlich davon ausgehen, dass es irgendwie möglich ist, außerhalb von Instagram miteinander zu kommunizieren, aber es kriegen anscheinend manche auch nicht hin, ja, das ist ziemlich traurig. Sicherlich muss man den Mike, wenn man sich das Sommerhaus anguckt, absolut kritisch sehen und dass man natürlich absolut auch toxisch und ein Paradebeispiel dafür, wie eine Beziehung ungesund wirken kann, ja, oder könnte in jeder Psychologie vor... Ja, sie muss sich aber genauso hinterfragen, das sage ich auch immer wieder, ne? Ich kriege ja auch immer die Mails, wo dann immer auf den Partner rumgehackt wird, aber man kann sich dem Partner eh nicht ändern, man kann nur überlegen, warum mache ich das mit, was für Muster habe ich, ne? Vorlesungen abgespielt werden, die Highlights von den beiden und damit könnte man auch schnell aufzeigen, wie eine Beziehung am besten nicht zu laufen hat, zumindest finde ich das sehr unangenehm, wie das da teilweise abging. Hier ist auch nochmal aus einem Artikel ein Zitat, ich glaube, das ist von Promiflash. Laut CES handelt es sich erstmal um eine räumliche Trennung, aber so wie es momentan läuft, kann es und will ich nicht mehr. Ja, Michelle, mach mir dauernd Vorwürfe, egal was ich tue, es ist falsch, so funktioniert es für mich. Klingt erstmal sehr verdreht, also vielleicht macht sie es jetzt, aber was man im Sommerhaus gesehen hat, war natürlich exakt andersrum, dass sie immer nur geackert hat, gemacht hat, hat auch die ganzen Punkte immer geholt. Und er hat ja auch bei diesen Aufgaben eigentlich gar nicht so richtig mitgemacht und da muss man sich jetzt sowas sagen, ey, boah, es tut schon bestimmt weh. Keine Beziehung, mir tut es nicht gut, wie es gerade läuft, zitiert in die Bild. Also das ist jetzt nochmal ein Zitat aus dem Bild-Interview, also er musste auch direkt an die Bild gehen, kann man natürlich auch absolut hinterfragen, bei einem Wochenendtrip nach München sei es zum großen Streit gekommen, es ist nur wieder eskaliert und mir wurde andauernd wieder erzählt, was ich alles falsch mache. Für Montbagin liegen die Gründe für die Trennung woanders, Mike hat mich zu lange hingehalten und ich habe mitbekommen, dass er schlecht über mich redet. Er macht ständig Versprechungen, sich zu ändern, macht dann aber nichts. Außerdem hat er mir gedroht, mich fertig zu machen. Ah, da haben wir schon das Drohen und Mobben. Leute, wo hat das mit Liebe zu tun, ne? Das ist einfach nur Ego, was ich durchsetzen will. Keine Ahnung, wo er das jetzt her hat, das muss er für sich gucken, aber ansonsten ist das gerade aus meiner Sicht Kernzeichen, wenn man rausbekommen will, außer diesen ganzen offensichtlichen Sachen, die man nicht sehen will, ob man in einer toxischen Beziehung ist, dass man versucht, völlig einfache Sachen, wo jeder Freund sagen würde, ja, das hat man verdient in einer Beziehung, umzusetzen und den Partner darum zu bitten, das zu tun. Und man wird scheitern und dann weiß man, dass eigene Bedürfnisse einfach nichts zählen irgendwie so, ne? Und wenn man da noch drin bleibt und sagt, es bringt jetzt auch nichts, also jeder handelt da von dem Punkt, wo er steht und es bringt auch nichts, da Partner analysieren zu wollen und ich weiß nicht was, man sollte nur bei sich gucken, warum macht man das mit, warum macht man das mit, warum macht man das mit? Das ist alles sehr verletzend, ja. Also anscheinend tun sich beide, das kann man definitiv, wenn man jetzt nochmal ganz neutral und objektiv ist, feststellen, beide überhaupt nicht gut, ne? Und das ist wirklich der Wahnsinn, wie krass das bei den beiden jetzt auch öffentlich eskaliert, ja, es wird zu einem richtigen Liebestrag. Es ist ja auch das Match manchmal, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die in einer anderen Beziehung jetzt von sowas gar nichts hätten, aber man weiß es nicht, ne? Also es ist das Match, toxische Beziehungen, einfach das Schlechteste aus allem raus, kann man glaube ich wirklich sagen. Armer, ziemlich schade, ja, wenn eine Beziehung kaputt geht, aber ich glaube, bei den beiden ist es offensichtlich gewesen, dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Da scheint eine Liebe vielleicht durchaus vorhanden zu sein, ja, aber die haben ja auch sehr schnell geheiratet und oftmals ist das dann so, wenn man sich dann... Tempo, 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 keine Beziehung, fühlt sich so richtig an wie die falsch, aber ihr kennt das alles. ...dem ich so richtig kennenlernt in Ruhe, dass dann halt so eine Beziehung auch recht schnell dann zum Albtraum werden kann, ja, dass ich Mike jemanden braucht, der nun 100% auch nach seinem Gusto ist und sonst einfach schwer. Ja, aus meiner Sicht sind es halt Ego-Prozesse, ne? Aber irgendwo bei beiden auch, auf so einem unterschiedlichen Vorzeichen vielleicht, aber... Und das Ego, das muss man uns... Das gilt auch nicht nur für die, es gilt für uns alle. Das Ego ist nie satt. Man kann das Ego nicht zufriedenstellen, ne? Und deswegen ist es auch nie genug, ne? Was der Problem hat, ja, ist offensichtlich und dass eine Michelle als gestandene Mutter eigentlich und Schauspielerin, ja, ein bisschen Freiraum auch benötigt, ist auch offensichtlich. Von daher tun diese beiden sich nicht gut. Vielleicht gibt es den passenden Deckel für beide. Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass Mike sich Hilfe sucht. Das macht er aber auch wohl, ja. Er ist wohl auch in Therapie. Und von daher muss man auch RTL und Co. da immer hinterfragen, dass die halt solche Leute, die gerade auch Hilfe in Anspruch nehmen, was keine Schande ist, dann dort auch, ja, in solche komischen, unangenehmen Situationen bringen, die selbst für, ja, mental fitte Menschen sehr, 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 sehr blöd enden können. Hat er vollkommen recht, bin ich ganz bei. Da bin ich hier... Man hat es ja auch zuhauf gesehen, wie viele schon bei Trash-Formaten zusammengebrochen sind. Und es kam ja schon öfters zu grenzwertigen Vorfällen. Von daher ist es vielleicht einfach am besten so, dass beide erst mal getrennte Wege gehen. Ja, sollte Liebe stark genug sein, bin ich immer dafür, auch ein wenig zu kämpfen. Dass sich beide vielleicht dann mit einer, ja, Therapie helfen lassen. Allerdings war das ja direkt nach... Ja, da ist halt so meine beschadene Meinung als Paartherapeut. Und man sollte das bei toxischen Beziehungen tatsächlich nicht machen. Man sollte wirklich Energie reinsetzen, dass man da rauskommt, was schon schwierig genug ist. Und dass wir sich aufarbeiten und nicht wieder auch Energie reinsetzen, nicht wieder zurück zu zwitschen. Und aber natürlich, ansonsten bei anderen Beziehungen würde ich auch immer sagen, sollte man drum kämpfen, wenn man vielleicht schon lange zusammen war. Und dass auch so die Basis stimmt, sage ich mal. Aber in dem Fall besser nicht. Im Sommerhaus und beim Wiedersehen auch die, ja, so besprochen wurden, dass beide in einer Beziehungs- und Paartherapie... Ja, das hat ja auch RTL da so aufgearbeitet. Und da wurde ja auch gesagt, ja, macht Paartherapie. Und das hat irgendwie mit Liebe zu tun. Das habe ich nicht einfach komplett anderer Meinung. Und ich kann, deswegen mache ich auch dieses Video, weil ich das wirklich rausbringen möchte. Dieses Thema, Leute, geht da raus. Verwechselt das nicht mit Liebe. Und Paartherapie kann so nach hinten losgehen, dass man noch, wenn der Paartherapeut das nicht durchschaut, Dynamik, kann man so viel schlechter rausgehen. Und selbst wenn er so die durchschaut und wenn er mit dem Paar arbeitet, du holst aus einer Paartherapie das raus, wo die Beziehung hinführt. Und wenn die Beziehung doomed ist, dann verschnellert, selbst eine gute Paartherapie verschnellert einfach diesen Prozess, dass die Beziehung auseinanderfällt. Also selbst dann. Aber die Gefahren sind meiner Ansicht nach zu groß. ... sind und beide sich helfen lassen. Und anscheinend hat das jetzt nicht so richtig Früchte getragen. Genau, man sollte natürlich schon auf jeden Fall, wenn man sich in toxischen Beziehungen wahrsehen, dass man für sich alleine was macht. Das natürlich auf jeden Fall. Wenn man jetzt ein halbes Jahr später sich anschauen muss, wie weit das jetzt bei den beiden auch gegangen ist. Das muss man so deutlich jetzt auch sagen. Ihr könnt das natürlich wie immer auch vollkommen anders sehen. Ich als Freund, wenn ich jetzt der Freund von beiden wäre, würde ich sagen, Leute, lasst es gut sein. Ich glaube, Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Guckt gerne bei meinem YouTube-Kollegen hier vorbei. Und danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns bald wieder. Und nochmal Dank an DaVinci, dass ich diese Reaction machen konnte, haben wir vorher abgesprochen. Und da... Das war es.